Guten Morgen, mein Name ist Kai Beuth und ich werde dir zeigen, wie Führung einfach und praktisch funktioniert und zwar durch meine täglichen Tippsnabel auf. In letzter Zeit bin ich relativ häufig angerufen worden, Kai kannst du mal vorbeikommen und mein Team coachen, das klappt mit der Kommunikation nicht, die reden einfach nicht richtig miteinander. Meine Reaktion darauf ist immer zu fragen, okay wie informieren die sich denn untereinander, wie informierst du die denn? Welche Art von Meetings führst du durch und in welchem Rhythmus? Und dann stelle ich fest, dass da der Hund begraben ist. Es ist ein ganz normales Problem, was man beim zwischenmenschlichen Zusammenarbeiten hat und ich habe das vor zehn Jahren für mich vollkommen gelöst, indem ich mir Dailies aus dem Scrum gestohlen habe. Scrum ist eine Methodik zur Softwareentwicklung oder eine Methodik, die man einsetzt. Das haben wir damals auch reingeführt und ich fand das wirklich cool. Also so ein Daily mit allen Teammitgliedern dauert ungefähr 15 Minuten, macht man morgens und jeder sagt nur zwei Sätze. Erster Satz ist, was ist meine Priorität heute, woran sollte ich arbeiten? Zweiter Satz ist, wo habe ich ein Problem, wo komme ich nicht weiter? Es findet keine Diskussion statt. Im Anschluss an das Daily kann bilateral dann geklärt werden, wow finde ich ja super, dass du das heute löst, dass das dein Schwerpunkt ist. Gut, dass ich das weiß. Bitte vergiss nicht, ich brauche noch folgende Sachen heute von dir. Ah, gut, hätte ich nicht daran gedacht, denn meine Priorität ist ja ABC. Oder das Zweite ist, Kollegen können sich untereinander helfen, wenn sie wissen, welche Probleme sie haben. Oh, ich sehe, du kommst da nicht weiter. Das hatte ich auch vor zwei, drei Wochen und das habe ich wie folgt gelöst. Versuch das doch mal und somit kann ein Kollege dem anderen Kollegen eine Last von der Schulter nehmen. Das klappt super. Aber es ist nicht so einfach, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist jetzt die Theorie und es dauert ein bisschen. Ich würde mal sagen sechs bis acht Wochen, bis ich das eingeschliffen habe. Und das liegt daran, dass die meisten Menschen tatsächlich, deine Teammitglieder, nicht wissen, was ist denn ihre Priorität heute? Also die stehen morgens nicht auf und wissen, heute mache ich folgendes Schwerpunktmäßig. Die leben in den Tag hinein. Und das Zweite ist, die wissen dann natürlich dementsprechend auch nicht, welches Problem sie haben. Oder wenn sie es wissen, dann verbalisieren sie es nicht und gehen ihm aus dem Weg. Das heißt, wenn es dir gelingt, diese Dailies so einzuführen, wie ich dir gerade vorgeschlagen habe, das kostet ein bisschen Schweiß und Zeit, hast du drei Fliegen mit einer Klatsche gelöst, nämlich dein ursprüngliches Problem. Die sind nicht abbestimmt und das klappt mit dem Infofluss im Team nicht so. Der zweite Punkt ist, jeder weiß, was seine Priorität an dem Tag ist und beschäftigt sich schon damit, weil er das ja den anderen mitteilen darf. Und das Zweite ist, jeder beschäftigt sich mit den Problemen, die er hat und kommuniziert die auch einmal. Somit kann ihm geholfen werden. Mein Schwerpunkt heute wird sein, mit meinen Jungs im Meer planschen zu gehen. Und mein Problem ist, dass ich auch noch einen Blogbeitrag zu Meeting schreiben möchte. Aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Jetzt mal meine Frau wird mir helfen. In diesem Sinne, dir einen erfolgreichen Tag. Ciao. Ciao.